Ja, und wahrscheinlich werden hier durchaus Kindheitsträume wahr. Und wir müssen jetzt, denke ich mal, so ein bisschen genauer hinschauen. Dieser coole Rennfahrer ist tatsächlich, na, Prinz William. Ja, er wechselt nicht ins Team, nein, aber er testet ein Rennauto, ein elektrisches, um mal ganz genau zu sein. In Schottland drehte er seine Runden. Und das hat ihn offensichtlich sehr, sehr glücklich gemacht. Aber ganz sicher auch die Anreise von Cates, denn die ist jetzt auch bei der, ja, wir sagen mal kurz Hallo-Tour, dabei. Ja, wir sagen mal kurz.